nein das habe ich nicht gedacht warum habe ich denn jetzt jetzt nicht von hinten eine mitgegeben wir müssen ach wir sind wieder einen falschen ort falscher ort man haben doch schon hier warte nein wir haben doch gar kein ach wir haben da noch nicht freigeschaltet ach so ich dachte haben wir da kein kein bonfire gefunden nix ja gut dann müssen wir hier ja schnell reiten unsere seelen mitnehmen ich weiß gar nicht wie viel seelen hatten wir was sind das denn für lichter ruinfragmente fragmente alle mitnehmen so da ist die burg ja stimmt auch hier waren wir schon ja gut ja gut genau von da haben wir aufgeräumt und die angekommen mr krebs weg mr krebs was machst du mit mir wo das hat mich schon erschreckt das hat mich schon erschreckt ach hier ist bonfire siehst du hier sind wir doch sag so und wo ist jetzt meine meine seelen müssen nur hier sein bei den zehn dudes die da zusammen rumlaufen und dann aber ist egal ich glaube ich reite darüber kein bock jetzt hier zu sterben noch die sind leicht aber wenn man nicht aufpasst kann man trotzdem eine zwei abbekommen genau hier guck mal wir machen so einfach ja aber es ist schon geil mit fährt vergesst du manne mal der ist da und der der reitet hier so geht das ja kein risiko wir haben die waffe von denen wir haben die waffe von dem ob die gutes kein sinn irgend so ein stock auch kein sinn ja gut wir haben jetzt nicht so was wir hier lieben wollten unbedingt einfach nur die stadt ist einfach nur die stadt ja da waren wir da waren wir könnten ja hier übergehen ja ein bisschen erkunden kann man ja aber wir haben jetzt den bonfire hier in der ecke da hinten oh hier ja was los hallo mein bester sagt doch bitte wenn ihr das braucht sagt mir doch bitte geheime haus in dieser landtäufe befindet diese sie haben an meine dienerin leier vergriffen und sich schmachlas hausholos in dem blut geschrieben ich dir das schwöre die nachricht zu bringen ok sie haben mich meine dienerin leier vergriffen und ach so das hat mich ja gut wo wer hat sich wo das sind die dinge haben sich ach da ist sie doch ich habe die gar nicht gesehen da liegt die diese dinge haben die ab 18 gemacht stelle ich mir gruselig vor diese typen die da so seitlich räder machen und dann ja die typen haben die auseinander genommen aha gruselig so was gibt es hier ich höre es glitzert irgendwas ich höre es glitzert irgendwas aber da ist da was bis hier was nena in den tom acht da steht er auf ja also doch seine sense auch sogar die lila oder was war das denn woher kommen die denn jetzt die sind alle aufgetaucht na ja das ist seine ja ja diese sense ne diese sense haben sich jetzt aber die war bei die wirken war die lila ne die war doch nicht lila die sense war einfach so wo ist die sense ach hier warum wird das so alles aufgeteilt ne alles so separat sind das alles eigene waffen kategorien oder was bestimmt ne wenn du mal so viel waffen kategorien noch kommen muss okay ist cool so wie viel wie viel allerdings haben wir eigentlich schon 7000 wir könnten schon gut auflösen wieder na ja gut wir nehmen erst mal die hier mit alle ja da guck mal den turm so hatte wo war ich denn eigentlich ich war da hinten bei dem hier beim tun weiß noch nicht kann ich jetzt so schlecht sagen schon da die treppe da sind wir runter gekommen das heißt hier war ich nicht hier können wir schon gucken was wir finden wie geht es dir in der familie er mir ja so weiter alles gut und bei dir ich hoffe auch alles gut man lange nicht mal gesehen das tut weh gegen die magier kein bock was wie viele kommen zu viele zu viele kann ich hier drüber reiten überhaupt ja ne ist das nur wasser kann ich hier drüber reiten ja aber gehen wir zu den turmen gucken wir was hier ist ach hier ist wieder ein teleport okay wohin bringt er mich an den ort reisen ja man es ist so alles verwirrenden johls gibt habe ja mit druck und allen anderen aufgehört schauen nur kurz rein ach so hast aufgehört ja warum hat es einen grund warum aufgehört hat ist also einfach nur keine lust oder zu viel geld ausgegeben oder so eine karte gefunden hier wüsste wo sind wir denn hier auf es geht weiter ich dachte hier schon ende es geht dann noch viel weiter heilige worte safe hier gegner zu stark na ja ja jetzt hier haben wir uns jetzt sind teleportiert okay lass mal gucken was hier ist lass mal gucken was hier ist königliche ruine boah ja hängt davon ab wie stark die gegner hier sind ne ob jetzt so ein zauberer ok das sind mehrere zauberer ne zack 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 sehr gut haben wir ihn mit geholt zwei meine ich sogar einfach teleportiert ich geile zauberer ich will eigentlich auch zaubern ne sonst noch mal durchspielen mit zauberer das wird auch geil ei vergibt mir dieser könig boden war nur war uns anvertraut wir hatten keine chance ja kann passieren bro kann passieren alle weg gemetzelt was heißt das boah habe ich mich erschreckt heilige scheiße habe ich mich erschreckt hier wo das war der ne war das der magier hier ja bestimmt oh der hat was getroppt mitnehmen oh 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 heilen 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 ähm ja dass er weniger lust und geld ist noch aber die priorität am leben ist eine andere ja sehr gut ist auch gut natürlich also ja das halt schwierig gacha game so aber wer ist es als spiel einzustufen manchmal verballert man halt viel zu viel zeit damit klar deshalb ich lenke mich auch öfter mit anderen spielen haben so damit das nicht überhand nimmt und ja ja weil wie du sagst wenn man einmal reinkommt und dann viel zu viel verbringt ja abwechslung ist es immer gut und klar nicht zu viel nicht zu wenig sonst wirklich wenn man zu viel zockt irgendwann macht es keinen spaß gacha games sehr 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 viel zeit hast du schon recht ach da hinten ist ne wo ist der scheiß magier der das ach das ist kein magier ich glaube das sind fallen das sind einfach nur fallen achso ich glaube jetzt habe ich gecheckt so sehr gut so ist da jemand allein das ist nur so ein der zaubert hier da irgendwo hier hin ne wo hat er sich hingezaubert wo bist du Arsch ich sterbe wo wo bist du ja man weg mit dir was noch einer ne sehr gut was ist hier ah ja alles klar ha 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 perfekt man hört alles gute dir man hört sich alles gute dir ja aber rein man vielleicht genau vielleicht legt sich diese phase und dann irgendwann sieht hört man sich wieder cool dass du immer vorbei geschaut hast ja danke man wir sehen uns ich wünsche dir alles gute man so raiden oh nur seht euch an wir bekommen hier nicht oft besuch ich vermute ihr seid einer der befleckten was führt euch her ähm oh entschuldige ich hätte nicht fragen sollen ich bin ein schmied ein dienst könig hauses von karia ein alter sturkopf der einfach immer hammer nicht in den nagel hängt was hier bin ich ich gehe immer noch mein handwerk nach genau hier hättet ihr gerne kostprobe dieser knochen sind etwas morsch aber immer noch geschickt ja what sehr nice ah hier können wir kaufen dunkelschmieden stein und sowas ok ja gut ah warte das heißt damit können wir waffen waffen verstärken meine waffe verstärken auf 1 auf 2 ja geil waffe verstärkt was brauchst du steht was ich brauche für verstärkung für die nächste verstärkung doch schmied steiner 1 vier stück so kaufen dunkelschmied stein boah voll viel könnte ich ja level ups machen übertreibt man nicht ne lass mal habe ich jetzt beide waffen auf plus 1 ja ne ja ich habe jetzt beide waffen auf plus 1 ist gut perfekt aber gut jetzt wissen wir bescheid dass der hier waffen schmiedet ne wo ist das hier ist er gespeichert ne ist er nicht gespeichert aber gut aber gut so so die nächste oh 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 wer ballert denn auf mich oh da sind magier oder was die beschwören hier so sachen schnell weg hier schnell weg hier das ist bestimmt so Abwehr von dem von der Burg oh ne Ratte so ok 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 dann gucken wir mal was hier ist hochratte oh was zu zweit direkt einfach zu zweit direkt drauf nein mach doch nicht so ein nein ach stimmt hier hatten wir doch schon ja perfekt sehr gut ich habe irgendwie gedacht und ich habe gar nicht aufgelevelt warum habe ich nicht aufgelevelt ok kommt schon die ganze magie von ja safe ne von der Burg schutzmechanismus von der Burg man crazy geil hat er nur geil gemacht so so da wo sind meine Seelen da dieser Ratten ey was da los erwischen die mich einfach kommt her kommt her Ratten so Steine mitnehmen ach ach der war das der rote was ist oh oh ok zu viele Ratten ist nicht gut was zu viele ok ja das ja zu viele bringt nichts also ja eins gegen eins ist ja richtig scheiße also man kann ja eins gegen eins nicht machen meine ich deshalb ja gut ja gut muss ich da sonst kann ich einfach so looten alles oder wir probieren pferde action hier wind wie hieße nochmal wind sturm wind sturm wind glaube ich ne warte wenn ich schon zu weit ne 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 bin ich nicht ne bin ich schon zu weit so da sind wir ja so alles mitnehmen alles mitnehmen hier ok so gegen die eine ratte würde ich auch an die äh klappen glaube ich ne gegen den gegen eine ok ok da kommen die nochmal das ist gut das gefällt mir wir sind hier ein tapferer Ritter also es ist voll ok dass wir dass wir hier ein bisschen auf dem Pferd kämpfen oder oh krank wäre nicht schlecht so den nehmen wir mit nein hey 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 als ob die mich erwischt noch eh die kleinen die große nicht aber die kleinen ne ha 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 ja perfekt noch einer komm schon ach ja gut ich habe diesen schwererangriff mache ich gar nicht ne zack ok ja gut muss ja auch nicht ne was haben wir hier objekt alles alle runen mitgenommen ne ah ne einer ist noch eine rune ist noch da goldruhne was haben wir noch mal rum oh was ist da oben ist hier noch mehr rad hat sie sagen gehört als ob noch einer hier ist kann ich hier hoch also oder muss ich überhaupt da hoch oder ist irgendwas sieht nicht so aus ja gut hier können wir außen rum und dann in die Burg ich glaube nicht ne ja was ist da wird irgendwas angezeigt ach das ist wie immer die anzeige so das sieht nicht so aus als ob da unten was ist aber warum was schreiben die denn alle hier wertvoller objekt hat ja ach so ja 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 welche lügen ist es denn ist es der lügner der welt voller objekt sagt oder der lügner dass der andere wunderschön naja ist ja nichts warum ist da wunderschön ja gut hier haben wir jetzt alles durch ja ich könnte wir müssen schon unsere gehen wir damit rein oder lernen wir vorher auf ich habe vorher aufhören oder schaffen wir damit durchzukommen zerstört ganze wald hier die zauber ja ich glaube wir verbrauchen erstmal die ganzen seelen die wir haben sonst ist ja der kenten nachher tot und dann ja perfekt oder hier gibt es bestimmt auch was oder ja doch nicht wäre schön aber aber auch nicht so stufenaufstieg let's go was brauchen wir denn stärke geschickt auf 19 dann könnten wir die anderen waffen auch schon nutzen ja ich weiß es noch nicht genau man auf jeden fall konditionen auf 15 oder zur ausdauer brauchte ich immer ausdauer ist obwohl es sich ausdauer jetzt nicht wirklich wer ist es jetzt nicht wirklich so gefehlt hat oder so aber das heißt bis jetzt konnte ich schon mal gut ausweichen okay der letzte nach dem letzten schlag konnte ich noch schlecht ausweichen deshalb jetzt ist es ziemlich gut eigentlich müsste ziemlich gut sein so dass man gucken was hier nach haupt jetzt so kommen wir so rein hier ja na hoppala alles vom zentrum hier da sind wir jetzt geht's los so hauskarriere ah das ist das hauskarriere stimmt hier habe ich doch irgendwas gehört von haben die die ganze zeit erzählt was kriegt darum was ist das denn eine hand eine spinne heilige ein fachio ein fachio klettert darum warte nein es schnappt mich was ist das denn ach das ist aber ein gegner ich dachte schon handbuch schmiedemeisterin ok die minen diese hände ein will schon bekämpfen oder fachio hand eine 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 hand könnte schon bekämpfen das ist das Er trampelt einfach. Was ist das denn? Oh Mann. Einfach in der Hand, Mann. Fuck your hand. Wo ist der wieder? Hinter mir, ne? Da, ja. Komm her. Ja gut. Ich kann gut hinterm Baum verstecken jetzt. Was kann ich von der Hand eigentlich kriegen? Irgendwas geiler Waffen oder so? Ne, fuck your hand einfach. Boah. Eine Schelle einfach. Richtige Schellenverteiler hier. Oh, Dunkelschmiedenstein. Oh, Steine. Droppen die Steine? Droppen die immer Steine? Droppen die viele Steine? Das ist geil. Sag, Oma. Droppst du was? Nein, du droppst gar nicht. Okay, 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 okay. So, die Magierin ist noch da. Mehrere. Aua. Boah. Zauberne hier. ach da sind fallen ja ja das sind alles fallen spielstein sehr gut hier könnte ich meine waffe schon gut aufleveln wenn ich die ganze steine hier auf sammeln auf level die waffen ja ich weiß jetzt nicht um die hände auch er denkt sich das denn aus komm wir machen wir gegen eine hand und zeigt er doch fast hier beim schießen und schießt der fach ist so hier könnte ich jetzt meine aufrufen aber das hat keinen sinn mann niemals schaffe ich darüber von hier aus so gibt es hier hier war jetzt nix oder oder die wand habe ich auch hier ist doch eine leiter hältst du gar nicht der leiter hat so ausgesehen wenn der leiter schade ja gut dann muss auf die andere seite weil oder ich versuche die fach ist auszuschalten nacheinander ich brauche halt immer so ein baum der mich halt so beschützt halt mäßig wie jetzt gerade eben weil ohne baum wird schon schwierig der überrollt ein ja hier gibt es mehr ja da ist die auch hier ist guter versteckt Boah, hab ich mich erschreckt, Alter. Ich dachte, der kommt hier nicht hoch. Uff, wie viele Hände denn noch? Oh, oha, Alter. Oha, oha. Dagegen kann doch keiner ankämpfen. Was ist das denn? Hä, das ist doch nicht dein Ernst. Da kannst du da nichts machen. Da kommen einfach Hände auf dich zugelaufen. Ja, da bist du ja außenrum, glaube ich. Ein bisschen außenrum. So, vielleicht haben wir 3000 Seelen. Reicht das nicht für ein Level Up? War doch bestimmt geil, oder? So, Stufenaufstieg. Stufenaufstieg 3300. Ja, wow, wir haben 3100. So eine Hand mussten wir schon vernichten. So, jetzt gehen wir jetzt auch links rum, ne? Und gucken, was hier abgeht. Ich hoffe, keine Riesenhände. Ach, das war... Was tat der für den Scheiß, Falle, Mann? Einfach eine Schelle. Diese Gegner, ne? Ja, okay. Man braucht einen Baum, um sich zu verteidigen. Sonst ist ja... Komplette Katastrophe hier. Ja, perfekt noch gefangen. Jetzt Rückkantschelle, ja. Und dann können wir angreifen, ne? Ah, diese verdammte Fucky, Mann. So, Rückkantschelle, ja. Und dann angreifen. Was? Dass das noch rüber geht? 3.500, ja, jetzt können wir auflernen. Komm, verdammt, dann müssen wir wieder gegen die Hand kämpfen. Egal, dann sind wir aber stärker schon mal. Dann sind wir aber stärker. So, was haben wir denn? Stufenaufstieg? Kraft, was Kraft? Kraft des Lebens, ne? Leben ist schon sehr gut. FP, Geist, Kondition, Ausdauer haben wir schon. Ja, Mensch, Kraft machen wir auch 20, glaube ich, ne? Leben gefällt mir, ich will schon Leben haben. So, was mit der Hand? Wenn ich die nicht betrete, dann greift ihr auch nicht an, oder? Nein, ich denke nicht, okay. So, diese kleinen Hände, das geht, oder? Ja, das ist gut, die sind schnell down. Die sind schnell down. Die kitzeln einer auch aus dem Boden, ne? Aber das sind aber Doppelhände, ne? Ist jetzt keine, nicht eine Hand. So, ich muss auf den Boden gucken, ne? Gar kein Bock, dass die vom Boden wieder... Ah, hier, guck mal. Ja, kommt ein zweiter oben drauf. Ja, kommt ein zweiter oben drauf. Ich weiß gar nicht, was ich gegen die machen soll, ne? Also, außer ein bisschen... Wow. Ausweichen und dann... Wenn die alle diese Kristalle droppen zum Waffe leveln, das ist schon okay, ne? Jetzt muss ich ja nur gucken, von oben die Hände. Alter, ich würde nachts von scheiß Händen träumen. Wie die einen so begra... begrapschen. Ah, da sind wieder eine Riesenhand, ne? Weg hier. Was da? War da was? Ne? So, hier geht's... Oh, ist hier ein Eingang, oder was? Oder was ist das? Eingang, Ausgang? Okay, ist hier eine Falle irgendwie von oben? Ich muss gucken, zwischendurch. Oh, da ist wieder eine Riesenhand, ne? Nein, ihr kommt zu mir. Nein, 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 hau ab. Ich will nicht, dass du zu mir kommst. Ah, da kommt die. Ja, komm, greif mich an, Riesenhand. Ich hoffe, keiner von hinten. Oh, hier kann die rübergehen jetzt, ne? Oder? Oh, okay, geil. Wenn wir von hinten... Ich muss hinter die kommen, oder an der Seite, ne? Dann... War das okay. Dann war das okay, bis jetzt. Ah, Hand an der Seite, Hand an der... Ne, es fällt wieder eine Hand auf mich von oben, oder so. So. Wie sieht's jetzt aus hier? Oh, wir sind hier irgendwo im Lager. Können wir hier wieder was lernen? Reden? Herr Rani, seit langem erwarten wir euch. Ich bitte für die rasche Wiederauferstehung eures Hauses. Möge alle Vollmunde eure Karina erscheinen. Ah, ja. Was ist das wieder für ein Bild? Ah, ja, irgendwas. Ja, hier ist nix. Hier ist nix. Sorry, ich mach alles kaputt bei dir, aber... Muss sein. Äh... Oh. Sieht so aus wie so ein kleiner Bossfight hier, oder so. Wie viel haben wir pro Gegner eigentlich bekommen? Wie viel? 1300 haben wir jetzt? Ah, ja, nicht viel. Nicht viel, eigentlich. Aber gut, was haben wir hier? Schmiedstein. Auch mitnehmen. Sehr gut. Sehr gut. Oh, jetzt können wir hier oben durchgehen. Ja, perfekt. Sehr nice. Ja, damit geht's später weiter. Äh, ich mach gleich eine Pause. Ja, damit geht's später weiter. 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 Ja, damit geht's später. Vielen Dank.